ARD Text im Auftrag von Funk Ich schieße alles. Ah, geht raus, geht raus, geht raus Ich bin draußen Ja Direkt bei mir, Red Das ist bald Noch einer, weg Soll ich runter gucken? Komm Da nicht Ne Schön Jetzt hier vorne Beim Mark, beim Mark hinten Die Mira da Von Red, von Red, von Red Chill, 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 chill Solange die nicht geschlossen ist, alles gut Ja, das war's gewonnen Sehr gut, Jungs Sehr gut Das war angeschossen Da war halt noch einer, ne Nicht nur noch Sandy Äh Okay Check Muss los sein Jetzt wurde ich getrackt Von Jackal? Ja Da kommt Trommelraum bestimmt Einer ist Trommelraum Einer ist, ist Hallway Geht wieder Trommelraum Geht wieder Trommelraum Das ist halt, pikt halt Hallway Sophie, der Bug zieht gleich rum Oh doch nicht Zurück Immer noch oben, hier auf dem Dach Ich sag dir Ich sag dir, der Bug zieht gleich rum Okay, ist jetzt der's Jetzt zieh ich nichts mehr Ja Da sind zwei in der Ecke Du weißt meine Falle, ne? Die waren außen Die waren im Treppenhaus Du weißt aber meine Falle bei Geisha rum Zwischen dem Toreingang Zwischen diesem Durchgang und dem Dropper Es ist jetzt Bug in Geisha aber noch Kannst du nicht zünden Ich sag dir Chris, jetzt! Fuck Er ist den Dropper runtergedroppt Fuck Du hast ihn auf jeden Fall gut angehittet Boah, der Dinger brennt meinen Arsch Der Dinger sitzt hier Da ist nichts mehr Der Dinger sitzt hier Da ist nichts mehr Danke für den Korn mit den Troppen Ja, das mit dem Zündenwald ein bisschen Fail Ja, keine Ahnung, was passiert Ja, der ist dann noch direkt nach rechts Ja, der ist dann noch direkt nach rechts Auch War ein bisschen Fail von mir, egal War das ein Headshot? War das ein Headshot? Ja, das war ein Headshot Wo das denn? Alter, deine Nachricht schon auf den Kopf gezogen Was willst du eigentlich? Äh, pfff Geh zurück, geh zurück da wo du herkommst Okay So einfach war das Ja, hier, vor dem Archiv kommt was Wo, wo da ist? Ach da Nämlich, pass auf, das ist Glass Ähm, das war nicht Absicht, Chris, ne? Was, warte mal, du hast einen geholt? Ja Ja, das war Glass Ich hoffe, du kannst es AAH Äh, Firmat 40 Hat passiert Da war alles Okay, zieg auch noch Ja, da war mein Teil Ja, da war mein Teil Da ist noch einer Da war einer Da war ein Da war noch einer Hopf, verlassen Der letzte ist bei mir Safe Call Der letzte ist bei mir Ich höre ihn irgendwo, alles schief ging Also ich muss sagen Der Kill war schön von dir, wie ich Aber den klippst du, ne? Natürlich klipp ich den So, Baustelle wird abgamed Von Kassel Mit aller Shotgun Mit aller Shotgun Gute Morgen alle miteinander Bisschen regelt sie das? AAH 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 Jetzt noch was? AAH Was war das denn? Keine Ahnung Was war das denn? Was war das denn? Guck, guck, guck Guck, guck Guck! AAH 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 Ich konnte nicht weiter schießen Perfekt Okay Das war ein gutes Ableckungsmenöver Einfach mal quer rein rein Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Wir können den Arsch super gut machen. Fuck! Alter! Die an die Arme! Ja, ist gut! Das ist Moritz! Noch nicht! Entschuldigung! Nein! Hinter dir! Hinter mir! Ah, ein Mute in der Gegend! Ich erinnere, dass er in der Gegend wäre. In der Gegend! Ah! Alter, wie geil die geflogen ist! Ja! Ich muss mich echt müde noch! Vor allem bei mir hatte die noch die Arme so halb ausgestreckt, ne? Das war mit meiner Arme! Alter! Wie so typischer Szene am Strand. Beide rennen aufeinander zu, ne? Kapitalraum noch irgendwas. Pass auf, die Claymo siehst du wahrscheinlich aus der Tür an, ne? Ja, warte, ich fahrt dann auf... Noch einer! Recht in Position! Sehr gut! Wow! Siehst du, das mit den Kills klappt doch. Ja, aber es war knapp! Du musst nur auf die Claymo noch aufpassen, ne? Mehr als die beiden dürfte da nicht drin gewesen sein. Bist du da was? Ja, im Flur ist, äh, Lesion. Forstfalle. Forstfalle, ja. Waa, ich bin nicht! Ich bin an der vorbeigelaufen! 20 Sekunden und dann wirst du rein. Ich werde gepikst. So rein und landen! Willst du mich verarschen? Ach verdammt! Wart ist einer! Bomb has been located! Wieso? Was wurde da vorgeschrieben? Nein! What? Halt! Man! Super! Jun! Ich wollte schon Musikanervator! Halt! WCF! Ich lege mir grad die, ähm, die, ähm, die Taras unter dem Intro von Captain Baloo durch, ne? Und da steht, ich war damals voll in die Milf verknallt! In wen? In die Milf! Jungs, der hat Kuhn geschrieben, reportet ihn! Wer war das? Charmel! Schimmel! Wer, wer war das? Schimmel! Der Schimmel war's! Mal schauen, ob's noch funktioniert oder nicht. Er sagte, es funktioniert nie mehr. Ja, du hast zuletzt schon einer geschrieben, ne? Hm, unmöglich, dass du das jetzt hier fliegt. Guck mal! Es funktioniert! Ich hoffe nur, ob das jetzt rübersteht! Es funktioniert! Oder ist der nur einfach rausgegangen, jetzt mit Absicht? Wir werden's gleich sehen! Wir werden's gleich sehen! Wenn der da oben jetzt gleich gebannt dran steht, dann funktioniert's noch. Hat das immer so lange gedauert? Ja! Ja, 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 ja! Ja! Ja, mein! Aber es funktioniert nicht mehr! Mission complete! Es funktioniert nicht mehr! Da ist ne, ey, streich beim kleinen Raum... So, wie's aussieht, haben sie keine Setsche? Okay, Leute, sie kommen in ihren Weikiller stark rein, ne? Also ich... Ich pushe nicht rein! Echt? Ich geh nicht mehr runter! Ich bin ein bisschen gefickt! Ich bin ein bisschen gefickt! Woa! Wow! Yo! Alter, was war das denn? Einer war verletzt! Loll, meine! Das war insane! Das ging jetzt aber schnell. Ich hätte uns zwei bei mir liegen, habe einen in Syriogated, hätte uns vielleicht auch noch haben können, aber... Schön, schön. Einer ist hinten im Staft, in diesem Bett. Schau Leute, da ist noch ein zweiter. Drei, drei, drei. Die habe ich knapp verfehlt. Hintendurch ist dann noch ein Puppertierer. Puppertierer. Ha, war durchgelaufen. Der vier von unten, ich habe nicht gehört. Bisschen? Sehr gut. Bisschen? 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 Sehr gut. Ja. Wollen wir die Musik nicht abstellen? Ist offen. Warte offen. Schluss, aus. Christian Schnurzel. Warum nimmst du nicht auf? Willst du meine Mama sein? Warum nimmst du nicht auf Musik? Keine Ahnung. Das ist alles so gruselig. Ich gehe mal auf. Genau Michi. Hör auf damit. Guck mal wie er steht. Hey Michi. Tauschen wir. Guck mal nicht auf den Tauschen. Da ist direkt einer. Da ist direkt einer. Oh, holy shit. Nee, ich würde da nicht lang gehen. Drohne du, ich kill den. Ich habe die eine Drohne verloren. Ich habe die eine Drohne verloren. Okay Michi, gib mal Deckung. Du könntest eigentlich direkt hinterher sprinten. Ich habe die eine Drohne verloren. Ich habe ihn markiert. Warte, Treppe ist auch noch was. Hinter dem Schild ist Tod. Der Tod ist da. Ich habe ihn markiert. Warte, Treppe ist auch noch was. Hinter dem Schild ist Tod. Der Tod ist da. Das Arme wird in der Mitte rein. Wie wird das denn? Ist das scheiße wird. Warte, du lässt mich governen. Oh, oben 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 oben. Was heißt oben, was heißt oben, was heißt oben? Bis dann oben. Ab in. Die ganze Zeit entdeckt, wo ist die Sch- aaaah Jaaaaah Omni is back, Omni is back Wenn gleich hier unten liegt, sie leuchtet so rot F5 F5 Achso, wahrscheinlich wollen die einen rausschmeißen Das ist ne Pistole? Ja, die geht zum Top mit Ich pisse auf die Gegner, Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein Äh, ja Achso, das Du ruhig So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt Ja, Tanzverbot ist am Start Die Achterwanne geht so ab Die Stänze mit der Gänse Die Stänze mit der Gänse Zange Toll mich Oh mein Gott